Das Theodor-Heuss-Gymnasium, kurz THG, versteht sich als Lern- und Lebensraum, in dem die Schülerinnen und Schüler ihre Potenziale entfalten können. So können sie aus einem breit angelegten Angebot an Lernmöglichkeiten passgenaue Lernwege für sich auswählen und nutzen. Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler arbeiten in Teams, Arbeitskreisen und Netzwerken eng zusammen, um individualisierte Lernformen in allen Jahrgangsstufen zu ermöglichen und weiterzuentwickeln. Bausteine der individuellen Förderung am THG sind zum Beispiel in der Erprobungsstufe die Lernen-Lernen-Stunde, in der Mittelstufe die Lernwerkstatt und in der Oberstufe die Übernahme von Verantwortung. Die Talentschmiede, Neigungs- und Förderkurse, das Angebot Sozialgenial, Projekt und Vertiefung sowie Wettbewerbe sind weitere stufenübergreifende Elemente der individuellen Förderung am THG. In der Erprobungsstufe ist mit der Lernen-Lernen-Stunde ein Training zum selbstständigen Lernen fest im Stundenplan verankert. Diese Stunde ist Teil des Übergangskonzeptes, knüpft an die Arbeit der Grundschulen an und führt langsam an die Arbeitsweise des Gymnasiums heran. Ältere Schülerinnen und Schüler unterstützen als Klassenparten die Klassenlehrerteams in der Lernen-Lernen-Stunde im Bereich des sozialen Miteinanders. Ein fester Bestandteil der Lernen-Lernen-Stunde ist die Arbeit im Klassenrat. Sie unterstützt die Entwicklung der personalen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit, im konfliktfreien konstruktiven Umgang mit anderen sowie in der Organisation von Diskussions- und Entscheidungsprozessen. Der Klassenrat ist damit Teil des Präventionskonzeptes an der Schule. Die im Klassenrat gemeinsam festgelegten Regeln und Ziele der Klasse werden auf einem Team-Pinboard festgehalten. Das selbstständige Lernen wird zudem durch den Einsatz eines Schulplaners unterstützt. Im Schulplaner setzen sich die Schülerinnen und Schüler individuelle Ziele und leiten daraus für sich Arbeitspläne ab. Diese individuellen Arbeitspläne können Sie auch im Vertretungsunterricht bearbeiten und nutzen dafür die Materialien der Vertretungsordner und des Lernstudios. Das Lernstudio ist ein Differenzierungsraum mit vielfältigen Materialien zur Förderung des kooperativen Lernens. Im Lernstudio werden auch Förderkurse von speziell ausgebildeten älteren Schülerinnen und Schülern angeboten. Im Rahmen von Schüler helfen Schülern unterstützen die Tutoren jüngere Schülerinnen und Schüler bei temporären Lernschwierigkeiten und nutzen dafür Fördermaterial, das von den Fachgruppen zusammengestellt wurde. Ein weiterer Baustein der individuellen Förderung ist das Förder-Forder-Projekt für leistungsstarke und motivierte Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5. Im Rahmen dieses Drehtürmodells können die Kinder flexibel den Unterricht verlassen, um sich als kleine Forscher mit einem fächerübergreifenden Themenfeld intensiv auseinanderzusetzen. Sie treffen sich im Lernstudio und können hier digital unterstützt, gemeinsam recherchieren, Präsentationen erstellen und in kleinen Gruppen das Präsentieren einüben. Für die vierten Klassen der Grundschulen bietet das THG regelmäßig den Grundschulexperimentier-Nachmittag an. Dieser wird von Schülerinnen und Schülern, welche die MINT-Profilklassen besucht haben, betreut. Die MINT-Profilklasse ist ein Angebot in der Erprobungsstufe mit zusätzlichen Stunden in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Darüber hinaus ist das MINT-Profil geprägt durch Arbeitsgemeinschaften, die Teilnahme an Wettbewerben, Netzwerke mit außerschulischen Lernangeboten und die Arbeit an Projekten. In den Sozialgenial-Angeboten qualifizieren sich die Schülerinnen und Schüler durch eine Ausbildung beispielsweise zum Klassenpartner und Medienscout und erproben so verantwortungsbewusstes Handeln. In den Pausen können sich diese Schülerinnen und Schüler in einem Patenraum aufhalten. Dort helfen die Klassenpartner auch als persönlicher Ansprechpartner im Schulalltag. Sie vermitteln bei Klassenkonflikten oder kleinen Alltagsproblemen und bieten verschiedene Aktionen an. Die Medienscouts entwickeln besondere Angebote für einzelne Stunden oder Aktionstage im Rahmen des Lernen-Lernen-Programms mit dem Ziel, die Medienkompetenz der Jüngeren zu stärken. Ein weiterer Konzeptbaustein am THG ist die gesundheitsförderliche Gestaltung des Schulhofes mit attraktiven Bewegungsangeboten. In den Pausen und der bewegten Stunde können die Schülerinnen und Schüler Pausenspielzeug ausleihen und Spiele für die Pause kennenlernen. In vielfältigen Kursangeboten können die Schülerinnen und Schüler die Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit der Schule in den Bereichen MINT, Sport, Kultur, Sprachen und Gesellschaftswissenschaften kennenlernen. Diese Angebote werden von Lehrkräften, außerschulischen Partnern und älteren Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Für ihr besonderes Engagement in der Schulgemeinde, aber auch für außergewöhnliche Erfolge in Wettbewerben, erhalten die Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres im Rahmen von THG lobt eine besondere Ehrung. Dies ist ein Teil der am THG gelebten Anerkennungskultur. Das Konzept zur individuellen Förderung wird in einer Arbeitsgruppe mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, Eltern und außerschulischen Partnern immer wieder evaluiert. Neue Impulse werden aufgegriffen und mit anderen Handlungsfeldern der Schulentwicklung verknüpft. Aktuell wird das Konzept mit Blick auf die Rahmenbedingungen des neunjährigen Bildungsganges angepasst. Eine Überlegung ist die Weiterentwicklung der Lernen-Lernen-Stunde für die Mittelstufe in Form einer sogenannten Lernwerkstatt, die auch Aspekte zur Berufsorientierung aufgreift. Ein weiteres Vorhaben ist aus dem Austausch mit anderen Gymnasien im Netzwerk Zukunftsschulen NRW hervorgegangen. Aktuell werden die Chancen der digitalen Medien für eine nachhaltige individuelle Förderung gemeinsam analysiert und neue Formen des digitalen Lernens erprobt. Die Netzwerkarbeit ist für das Theodor-Heuss-Gymnasium in Waltrop auch zukünftig wichtig, um Impulse für die konzeptionelle Weiterentwicklung der individuellen Förderung zu erhalten.